Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Also, ich weiß ja nicht, was ihr noch so macht, aber ich öffne heute Türchen Nummer 13 von unserem Adventskalender. Und heute ist Freitag der 13. Ich hoffe, das bringt kein Pech. Also, einem von euch bringt es auf jeden Fall Glück. Heute gibt es wieder ein dreiteiliges Set von Tupperware für euch, und zwar einmal eine lilane Servierschüssel, die, finde ich, echt cool aussieht, also sieht fast aus wie Glas. Dann gibt es noch einen weihnachtlichen Behälter mit Weihnachtsmotiven drauf für Gebäck und sowas, aber natürlich kann man da auch jeden Salat reinmachen. Und obendrauf gibt es noch eine kleine Brotdose, auch mit weihnachtlichem Motiv. Da könnt ihr dann einfach Plätzchen oder Brote oder irgendwas reinmachen und mitnehmen. Ja, und das ganze Set könnt ihr gewinnen, indem ihr wieder einen Kommentar unter dieses Video schreibt und Abonnent von dem Kanal seid. Schreibt einfach, warum ihr das gewinnen wollt oder was ihr damit machen würdet, und vergesst nicht eure Kontaktmöglichkeit. Wie immer habt ihr dafür bis morgen Zeit, bis das nächste Adventskalender-Video online kommt. Dann hoffen wir mal, dass in meinem Kamerakalender nicht wieder nur ein Zettel heute drin ist. Aber das Türchen sieht schon ein bisschen größer aus. Ja, ein Spiegel. Okay, also erstmal sollen wir heute die Seitenwände an der Frontplatte befestigen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt sollen wir den Spiegel hier auf die Spiegelplatte kleben. Okay. Spiegel ist draufgeklebt. Und das Gehäuse sieht auch schon gut aus. Soweit für heute. Dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns heute Abend wieder, wenn ihr Lust habt. Dann koche ich mit Benni und wir schwelgen ein bisschen in alten Zeiten. Und sonst dann wieder morgen bei der neuen Verlosung. Bis dann. Musik 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 Musik